Begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus, Österreich und Brasilien, mit der Stöckung! Das bezüglich schon an den ÖFB, dass man das hier auf die Wege, auf die Beine gestellt hat, auf den Weg gebracht hat. Mit der Hand von Marco Arnautovic, vor drei Tagen im Training, keine Abspiele davon, aber es geht bei ihm. Und heute wird Ausnahme von Savica, der nicht dabei sein kann, verletzt. Dani Alves wird ausfallen, man erwartet, dass das bei der Weltmeisterschaft anders sein wird und das so eben fit wird und geworden ist. Hier in dieser Partie starten zu dürfen, hat sich das allemal verdient aufgrund herausragender Leistungen, vor allem auch in Salzburg. Und natürlich David Alaba heute hier mit dabei, noch einmal hoch engagiert, hoffentlich österreichische Nationalmannschaft, bevor es dann für die Österreicher, muss ich sagen, leider in den verdienten Sommerurlaub geht, werden dann so richtig erst Reise und Leistungsstress bei Neymar und Co. Beginnt bei der Weltmeisterschaft zum Auftakt dann gegen die Schweizer Schiedsrichter. Da ist Viktor Kazay aus Ungarn, der wird auch nicht dabei sein bei der Weltmeisterschaft, hat aber bei so einer Eindrundung. Und Villian, da schafft sich auch Platz und dann versucht sich, boah, Casemiro von Real Madrid hat er mal abgezogen. Keiner, der wirklich fürs Tore schießen an sich zuständig ist. In der Selezao hat er noch nie getroffen, aber können das auch. Viel näher war er noch nicht dran in seiner Länderspielkarriere an einem Treffer. Neymar. Es ist immer noch zu viel Platz. Ist noch zu viel Platz. Auch Villian könnte sich da durchaus mal schneller anstellen drüben und das 1 gegen 1 versuchen. Das wird bei einem Härtefall wie bei der Weltmeisterschaft auch der Fall sein. Dann natürlich versucht man Neymar in Position zu bringen. Den darf man auch aus dieser Position nicht. Scholes Hinteregger. Wäre da wieder eine Variante. Ja, aber auf Alessandro Becker. Ja, ja. Wieso nicht Alessandro Schöpf. Faustabwehr ist sehr in Ordnung auf 25 Meter hinaus. Ja, jetzt hat er geduldig und sozusagen richtig gewartet. An Autovic. Oh, da geht es aber noch. Aber dann wird es ein wenig spitz. Leiner. Schöpf. Leiner, haut drauf. Und noch einmal und dann Autovic. Das ist die erste Top-Möglichkeit für Österreich. Reingespielt. Da hat dann für einen Moment auch die Abwehr der Brasilianer ganz schlecht koordiniert gewirkt. und ein Autovic. Leiner jetzt über links. Coutinho. 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 40 Millionen vorab. Da kann was dazukommen. Wahrscheinlich auch noch eine kleine Sonderprämie fällig, wenn er dann Weltmeister wird. Der war gut geschossen und ich glaube sogar die Abwehr von Lindner absolut nötig. Coutinho. 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 Neymar. Oh. Unglaublich stark am Ball, was die Brasilianer hier aufführen und dann wird es schon wieder gefährlich. Neymar. 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 Das hier. Oh. Zentimeter. Paulinho. Und dann gleich hin. Noch steht da im Abseits. Dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Ein paar Zentimeter weiter zurück. Und die nächste Chance. Das war hier nichts an Neymar. 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 Marcelo. Jesus. Und der ist drinnen. 1 zu 0 für Brasilien. Auch in dieser Szene hat mir ein bisschen die Aggressivität gefehlt. Die man braucht. Just in einer Phase, in der die Brasilianer sich da vorne gefährlicher gemacht haben. Marcelo von weit raus. Und dann Gabriel. Jesus macht das Blitz sauber von Manchester City. Sein zehntes Länderspiel Tor. 21 Jahre jung. Setzt in der Brillant ins lange Eck. Keine Abwehrchance für Heinz Lindner. Und damit, ja, muss man sagen, schon natürlich verdient die Führung für die Selesau. Es war sozusagen die dritte Chance in Folge, fast en bloc bei den Brasilianern, die dann zum Erfolg geführt hat. Zuerst ein Distanzschuss von Marcelo und Abra Lafette, dann Jesus vor die Beine. Aber genauso kann natürlich auch einmal dominantes Spiel enden. Ein bisschen Ballglück. Und oft viel Platz für Brasilien. Besuch für Coutinho. Schossnummer. Zagovic bietet sich wieder gut an im Lauf. Zagovic macht das fein. Also schön gemacht von Marco Nauten. Wenn da ein Österreicher vielleicht wirklich nur scharf angeschossen worden wäre und nicht auch noch eine Bewegung zum Ball gemacht hat, dann könnte man das vielleicht so interpretieren. Ja, ein Nebengeräusch, für die die Führung hängt. Soll es ein bisschen vorschau drauf gehen. Ein bisschen mehr versuchen nach vorne zu spielen. Früher zu attackieren. Wird kein leichtes Unterfangen. Schauen wir mal, wie die Mannschaft das umsetzen kann, der bisher nicht da war in Hälfte 2. Aber jetzt. Coutinho. Ein zweiter Versuch eigentlich. Und auch den bringt er nicht wirklich gefährlich aufs Tor. Schalten. Vier gegen drei. Aber das war nichts. Willian. Dragovic. Das war natürlich Sonderklasse. Neymar. 2 zu 0. 63. Minute. Das darf man ihm nicht geben. Der Torschütze. Die Nummer 10. Neymar. Genau so was haben die Brasilianer noch gebraucht. Rechtzeitig vor Russland. So ein Treffer ihres Superstars. Dragovic. Einmal, zweimal. Und dann schiebt er den vorbei. An Heinz Lindner, der hier natürlich auch machtlos ist. Das ist einfach zu gut. Eins gegen eins durch die Beine von Heinz Lindner. Gut. Ist ihm weiß Gott nicht anzukreiden. Neymar. Fast ähnliche Situation wie bei seinem Comeback-Treffer gegen Kroatien. Auch da auf engstem Raum. Kurz die Gegner vernascht. Und dort hat er hoch eingeschossen. Hier flach. Zu gut. So und damit Treffer Nummer 55 in der Selesau für Neymar. Und damit egalisiert er den Wert von Romario. So. Der nächste ist dann schon Il Phenomeno. Ronaldo, der hält bei 62. Das könnte ich nur mit einer... Aufgepasst. Aufgepasst. Denn natürlich kann man gegen Brasilien auch unter die Räder geraten. Paulinhova. Achtung. Aufgepasst. Das ist das. 3 zu 0. Ja, so kann man ihn natürlich nicht stoppen. Aus vollem Lauf heraus. So. Wer war's für Mino? Coutinho. 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 Herrlich. Erledigt. Spielerwechsel bei Österreich. 3 zu 0 jetzt. Unsere Nummer 3. Bitte mal einen Applaus für Alexander Tavragovic. Ja, so kann es natürlich laufen, wenn man ein bisschen hier hinten noch aufmacht, weil man nach vorne etwas versuchen will. Und dann sind auf einmal die... irgendwelche Oh... Genau an die Querlatte. Mit einem Sieg gegen Österreich im Gepäck. Wie hoch er ausfällt, ist noch nicht klar. Hierländer. Ah. Alisson Becker kann und muss heute auch ein erstes Mal. Es ist ausgeblieben. Neymar verabschiedet sich hier mit dem 2 zu 0. Ehrlich gemacht. Im Solo. Hat gut durchgehalten. Nichts Dramatisches. Douglas Costa für die letzten paar Minuten für den Superstar. Neu in der Mannschaft. Gar nicht schlecht. Fast aus dem Stand. Sein zweiter Schuss in Richtung Tor. Alisson wäre dran gewesen. Wer dort gewesen. Aber wieso nicht? Der einzige echten Torschuss, also der auch aufs Tor gekommen wäre. Abgegeben von Hierländer. Natürlich hat sich auch in Deutschland ein bisschen relativiert. Ups. Der 1 zu 2. Der 2 zu 1 Erfolg über Saudi-Arabien ist auch beim Weltmeister die Kritik groß geworden. Dresden. Und jetzt ist der 1. 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 Der 2. Der 1. Der 1. allem personell einfach mehr als ...